Was ist die Firma TÜNKERS MASTEC? Die Firma TÜNKERS MASTEC stellt hier heute auf der Fachtagung der Firma TÜNKERS ihr Klinkenspeicherbehältersystem vor. Das Klinkenspeicherbehältersystem zeichnet sich durch die große Präzision ihrer Klinkensäulen sowie der Stabilität des Baus aus. Ferner ist das Ganze mit einer Dockingstation versehen, die eine optimale Positionierung der Klinkenspeicher zur Linie gewährleistet, sodass der Roboter automatisch sehr gut entnehmen kann. In Zukunft können wir uns vorstellen, dass wir mit dem Klinkenspeichersystem einen guten Marktanteil erreichen können. Wir haben über die stabile Klinkensäule, die stabile Ausführung des Behälters, die solide Ausführung der Dockingstation, ein ausreichendes Merkmal uns vom Wettbewerb abzusetzen und für den Kunden ein sehr positives, reproduzierbares Produkt für seine Automation zu liefern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017